hallo leute herzlich willkommen zur nächsten folge von let's play xcom ja wir haben diesen einsatz ich sag mal hinter uns gebracht und jetzt wieder in der basis haben wenigstens wieder legierung geldmangel haben wir überhaupt nicht und ja ich würde sagen kurbeln wir die forschung wieder auf jeden fall die forschung muss laufen ganz klar zwei tagen sind die psi tests fertig also ich denke ich wäre direkt fürs plasmagewehr definitiv und mit neun tagen auch gut handelbar ist so sondern kann man der technik abteilung machen ob sie nicht noch die rüstung wir brauchen noch zwei stück glaube ich dann haben wir alle mit dem rüstung ausgestattet könnte man noch 30 regierung das ist aber auf jeden fall wert und ich wollte gleich noch mal nacht und dieses munitions upgrade was das kostet erstmal gucken was hat kostet weil ich sag mal die letzte mission hat uns echt gezeigt hätten wir mal an der einen oder anderen stelle hier bei der rote eier storm bauen ja nein das war sie auf jeden fall noch haben wir jetzt noch eine zweite mp kanone für damit die die beiden firestorms die wir haben dann auf jeden fall auch mit ihren einsatz umrüsten dürfen jetzt auch wissen das wollten wir hier noch irgendwas gucken dass man bis zu meinen können das mal gewehre bauen aber wir haben gleich die schwer hatte ich mir nee also da sollten wir uns das sparen ist genau was wir auf jeden fall jetzt als nächstes machen wir muss dann in der kaserne zwei neue soldaten an die wir gerade verloren haben so dann können wir in der offiziersschule mal gucken 350 dann haben wir alles am start hier jeder beförderung einen höheren bonus auf die will es gerade müssen wir haben unbedingt ja die 200 sollten auf jeden fall ausgehen okay so gute besserung sparen ja wollte ich auch sagen wir können aber dann direkt erst mal einmal den den schuss verramsen den wir nicht brauchen daher das wird beschädigt ist weg so hat man fast hat den schon wieder raus genau so dann auch mal hier so hat nichts da in großbritannien müssen wir in den lieben starten sonst wo wir essen oder satzentrum sie sind nämlich ausgelastet bei ihm nur noch bauen so was wird es Munition sparen wollen wir gucken na geht noch nicht machen wir nicht weil und 90 vorliegen sagt er das ist sauteuer das haben war naja also mega teuer er hat noch keine Munition sparen die frage ist verkostet diese Pistole gedöhnt hier komischerweise ist Pistole 1 noch da haben wir das nicht schon gekauft nee wir hatten direkt Pistole 2 gemacht die frage ist ob wir nur einen drauf kriegen werden wir das auch machen da kostet aber nur Waffenfragmente und 75 geld also das können wir auf jeden fall machen verbesserte Pistole 3 mein gut bis so ist eigentlich nur für einen richtig gut nämlich vor Augen ja jetzt rüsten wir noch eben den ding so weit werden das haben weil den hangern war ja so und verteilen genau ist er denn die mir noch der seine reparatur kommen trotzdem was verändern die zwei tage muss man abwarten der andere steht in in europa so was 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 war noch irgendwie war so viel irgendwie noch haben wir was vergessen nee wir haben nachgemustert wir warten noch zwei tage bis Pistole da sind was habe ich was habe ich über scheiß einsätze gesagt was was kommt nach dem scheiß einsatz ein scheiß einsatz richtig so wir bekommen aber neuen rekruten schweren major ist natürlich schon richtig nice panik runter und hier 105 gold auch gut ja schauen wir mal wenn wir da so soldaten alter schwede wo wie viele soldaten wir dabei haben einfach nur weil der rest verwundet ist und im zielabor gut wir haben keine wahl kann man sich aus dem zielabor die jungs wir unterstützen so mehr es geht nicht wir sollten nur mal gucken ob wir nicht irgendwie es sind nur unterstützer was waren das jetzt für eine ratsmission überhaupt keine ahnung ja super ist eigentlich egal aber machen müssen sie doch oder naja hochgranate immerhin gibt es die titanus doch wir das nicht lieber im erfahrenen von uns ja aber das ist ja hat der treffer sicherheit na also von daher ist es gar nicht schlecht für den rekruten kann granate sollte er auf jeden fall behalten klar drei sichere schadenspunkte alles unterstützer gleich mit rauchgranaten zu tode blenden nach aber japan das ist doch einer den schritten benannt haben ja japan janet janet japan klar das ist ein abonnent so man dem abonnenten vielleicht dann das gewählt hätte ich jetzt gesagt ja auf jeden fall gibt es vom start weg fette fette rüstung das ist ja schon mal gut und was auch gut ist sie kommen halt nach vorne so die garotte kriegt jetzt die kriegt nämlich jetzt auch eine schwere rüstung wenn wir die haben benutzen wir die auch ja wir haben jetzt für die ganze truppe ja von daher das ist auch angesagt würde ich sagen der hat was der mir hat richtig was rausgeholt auch wo er ist richtig was rausgeholt war geil dass er mit der pistole einfach mal mehr schaden macht wie mit seinem scharfschützengefähr ist einfach so laser gewehr für dich und laser pipitole haben wir auch eine handgranate ja gut der trupp steht kann es losgehen oder auch in den einsatz so viel nur nicht verpassen was was wir da überhaupt machen sollen das kriegen wir ja nicht ganz schnell weg ist ja und ich nicht vorlesen dass ich würde ja weiß einsatztheorie geärgert ja natürlich so ja beginne den einsatz den angriff angriffseinsatz alien truppen haben die anlage infiltriert und werden gegen unsere bemühungen wiederstand leisten durch kämmen sie das einsatzgebiet schalten ihre gegner aus das ist eine vernichtungsmission irgendwie schon selbst aber vernichtungsmission aber nur abwörtlich zu erzählen haben gut aussehen tun sie ja Hauptsache die machen ihren job auch gut aufklärungsberichter des rates besagen dass einer unserer externen datenspeichern gefahr ist wir dürfen die daten auf diesen großrechnern auf keinen fall verliehen kommt total selten dass wir die anlage umgehend sichern töten sie alles was ich zumindest bei mir kommt das total selten dass ich so eine mission spielen muss darf kann irgendwo stehen so computer rum auf der karte irgendwo hier im gebäude sind die drin und die muss man irgendwie verteidigen dazu muss man natürlich wissen wo die sind das jahr hat man die mit einer rakete in luft und die die aliens müssen halt auch weg so ist das über eine gewisse runden zeit wie man die ja alle gegner müssen weg sein okay fertig okay die gegner schießen auch auf diese computer oder nur auf uns ich glaube die sind wie gesagt ich habe die erst ein einziges mal vorher gespielt so hundertprozentig wissen tue ich das nicht ne ich bin da irgendwie rüber gelatscht und dann habe ich halt alle aliens umgebracht und war's gut okay also normalerweise sind die ratseinsätze ja auch nicht so schwer naja ich habe schon wieder miss erzählt das kommt ganz drauf gut dass wir keine facecam haben einen eingeknautschten ball den hätten die jetzt gerne gesehen einfach mal so einen schwulen scanner irgendwo hinwerfen irgendwo da oben so wo werfen wir jetzt hin ach genau da wollte ich den hinhaben ne ich wollte wirklich dahin haben war aber jetzt lack weil ich hab einfach geklickt jetzt zumindest diese komischen computer sehen würde ich meine als ich die mal gespielt habe war das irgendwo hier hinten das war so eine art server raum irgendwie ja dann bin ich mal gespannt ja wie gesagt ich weiß nicht so genau wo ich hier hinlaufen soll ich verteile sie jetzt erst einfach mal so ein bisschen hier da ein hin hier hinter dem mülltonne einnehmen was das sein soll weißt du was mir vorhin noch eingefallen ist zur not können wir auch soldaten der ausmustern sondern nicht wenn wir zu viele unterstützer haben könnten wir im prinzip können wir raus weil er weg jagen zwei neue und gucken aha kostet nur gelten ja kann man aber machen aber geld ist im moment nicht so unser problem da jetzt stehen wir uns erst mal im feldposten schau mal ganz ansonsten urinieren möchte wenn am anfang nichts passiert das macht mich ja immer direkt skeptisch heißt eigentlich dass er wieder so alles mit geballter macht dann mal so ein konzentrierter schweinehaufen hätte jetzt was gesagt es ist halt anzunehmen dass wir irgendwo im gebäude sind deswegen gehe ich mal hier da so Richtung tür und dann da so mal durch den scharfschützen dass ich stumpf da vorne irgendwo stehen auch kann ja ruhig mit gehen und sind da vorne die garotte so eigentlich dürften wir da nichts aufklären weil ich ja unser scanner so eine bankdeckung tatsache halbe noch ein scanner werfen wohin lasse vielleicht noch mal aufbewahren also na gut dann kann er nicht viel machen kann er hier in deckung gehen oder was soll er kann auch gefallen sicherungs posten und den habe ich schon bewegt sich jetzt mal bis dahin so er bleibt dann da den sie ich dann bis hier wieder nichts ganz komisch wie gesagt ich habe so die leichten müssen wir auch erst diesen serverraum finden bevor ihr weiß ja ich weiß es nicht ja jetzt kann natürlich wieder nicht in feldposten gehen ja der schon ja jetzt habe ich hier zwei so dreier trupps rumrennen halt ne ja gut aber wir müssen ja irgendwie voran das fenster lügen da sind sie das sind die server es sollte möglich sein die nötigen daten wieder herzustellen und wie voll hat voll hat hightech land hier mit 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 plasma waffen und so und die server sind mit band also mit zu gucken so darf man die server jetzt kaputt machen oder nicht weil er hat er jetzt gesagt hier ich weiß es nicht siehst du da auch schon ein doch er sieht ein doch 50 prozent was sagst du denn zu einer handgranate kann man die da so durchwerfen lieber nicht von dieser auch ist ja nicht und schnell die server genau schnell macht die server kaputt und was hast du dazu 50 prozent ja sind rekruten ja probieren was aus genau macht das fenster kaputt sogar gut aus ja first shot first kill nochmal 50 prozent das fenster kaputt machen genau und umbringen nicht zugehört hier was aber da steht ja noch einer mit einem klassischen wer könnte er vielleicht von da aus auf den schließen ja so premiere er ist das schuss ja gibt zehn prozent mehr erster schuss mit plasma gewehr japan go und das war's die sind schon mal weg die drei einer ist noch über einer steht noch dahin der ist hinten ja das hinten hingekrabbelt so garotten lasse ich jetzt hier stehen der um die ecke und schießens voll im arsch genau das war ja klar sieben kritisch sogar ich wollte gerade sagen alter oh nest nest ich wollte gerade sagen irgendwie ist hier sowieso nichts los kann man da rein hier leuern aber voller gewalt zwei trupps sind jetzt erstmal irgendwie alle überall hin zwei trupps erst mal auseinander gesprengt so man sagt wenn unser scharfschütze dazu das coole ist ich kann natürlich jeden den ich sehe instant grillen ungefähr so wenn es ihn hat und das macht fünf schaden immer so dann könnte ich ihn ja dann mal stehen lassen für die nächsten da gleich alle raus gekräuselt kommen er sieht ein ja den da hinten an der ecke da wieder 50 prozent jetzt aber das ist natürlich nicht viel der andere hat vielleicht mehr der andere der sollte vielleicht kommt er bis an die ecke ran das war wieder klar bis dahin kommen würde er hätte 100 prozent aber nein dann vielleicht erst abhauen oder ich könnte den hier so hinterstellen und wenn er da um die ecke kommt erreicht Wer sich da ein Feldposten feldmögenslich es districts so was mache ich mit dem Feldposten oder vorziehen da ist so ein bisschen �otle des löwen muss ich sagen Hast du nicht unrecht hier zum Fenster vielleicht immer ausprobieren diese server verteidigen wenn da kommt dann gibt es eher da ich könnte mal durch okay und du kannst er kann es ja für sie ganz versuchen ja 40 40 prozent ist nicht die welt also irgendwie das leichte pass mal gewähle gefällt mir immer besser ja aber ja da gibt es jetzt aber mächtig feuer von allen seiten ja ich schieße natürlich dann leben was hier aber ein scharfschüssenschuss sehr er hat gesessen aber dafür nicht doppelte portion jetzt und da kommt noch alles war out das war auch genau feldposten da gibt man schon auf einen haufen hier bei olli damit der rakete ja das schon ganz gut habe ich auch gerade noch so dran gedacht jetzt genau schießen was schön das fenster deckung so alles gut ist alles nice ja was natürlich auch richtig nice ist dadurch dass wir jetzt alle die rüstung an haben wir müssen uns vergisst gar nicht mehr verstecken ist die giften können da so durchlatschen ja ist total cool so sind aber auch am ende der folge aus gar nicht mehr dich bemühen wir bedanken uns fürs zusehen und ich sag mal ja bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt let's play xcom genau bis dann leute tschüss reines sin man schießen hier sind sind man schießt man da so bis zum nächsten ist tschüss